Ja, hallo Gunnar Schäfers, Simon Freese vom Central Cineworld in Diepholz. Wir freuen uns am kommenden Donnerstag wieder zu öffnen. Guckt euch mal die Filme an auf unserer Webseite. Wir starten mit dem Lochi-Film Takeover und in den nächsten Wochen kommen immer neue Filme, aber Corona-bedingt habt ihr natürlich auch noch die Chance, die Filme zu sehen, mit denen wir aufgehört haben. Ob das Nightlife, Bad Boys, guckt einfach mal rein. Wir haben ein wechselndes Programm. Wir starten jetzt erstmal über die gesamte Woche. Montag, Dienstag lassen wir nochmal raus und auf der Basis entscheiden wir natürlich, wie es am nächsten Wochenende weitergeht und hoffen, dass ihr uns in der schwierigen Zeit jetzt unterstützt.